Ja, Rudolf Steiner, Waldorfschulen, Anthroposophie, Dreigliederung. Ist das eher eine Gefahr für den Wahlerfolg oder nicht? Und statt eines Potenzials von 56 Prozent durch externe Top-Experten und Reformer, also wir von den nextscientistsforfuture.de hatten ja neben uns sieben weitere Experten wie Gemeinwohl, Ökonomie, sozusagen Forscher zum Bereich Matriarchat, zum Bereich zum Beispiel die besten Volkswirte Deutschlands, Wirtschaftsweise, Prof. Hans-Werner Sinn, Nico Pech, Postwachstumsekonomie, die Grossgedanke, Thema Konsumsucht oder Überkonsum und Konsumsucht. Und diese Dinge, die Frage ist halt, mit solchen externen Reformern sind 56 Prozent der Wählerstimmen möglich. Die Frage ist, ob nicht eventuell mit einem durchaus nennenswerten Tendenz von Rudolf Steiner in den Wahlprogrammen von die Basis und wir 2020, ob damit nicht eventuell so eher so 0,56 Prozent Wählerstimmen erreicht werden können, weil es, glaube ich, ich habe mir das angeschaut im Internet, wenn Sie googeln, da finden Sie halt ganz viele Überlegungen, so ist das mit der Anthroposophie, ist das alles eine Sekte oder ist das eigentlich alles, ja, da kommen so Sätze wie, ja, jeden Unfug, den man auf der Welt denken kann, hat Rudolf Steiner auch mal gedacht und geschrieben und so weiter. Ja, also mit Naturwissenschaft, also von Naturwissenschaft und Realitätsbezug ist es natürlich unendlich weit entfernt, weil natürlich echte Wissenschaft und Naturwissenschaft genau genommen das Gegenteil natürlich von so etwas ist, ja. Und was ein bisschen unerfreulich ist, dass auch manche dann auch den Rudolf Steiner eher so als Theoretiker der Rechten sehen oder Ideologen der Rechten sehen, das ist natürlich auch nicht schön, ja, denn wir als bodenständige Linke dürfen natürlich mit allem, was mit Rechts zu tun hat, weder sprechen noch zusammenarbeiten, ja, oder unterstützen oder helfen. Ja, also das heißt, die Frage ist, wie weit sich sozusagen viele Fans, und das hat sich ergeben, gestern waren einige sehr nette Telefonate wieder, zum Beispiel hat sich ergeben, dass eine berühmte Persönlichkeit aus dem ganzen Kontext und auch aus dem Kontext der Parteien, ein Parteimitglied, dann auch demnächst in der Talkshow das neuen Markus Lanz dabei sein wird. Und ja, und da geht es dann darum, ja, wie kann man den Parteien echte Wissenschaft und echte Naturwissenschaft näher bringen, damit sie sehen, dass da das Potenzial von 56 Prozent liegt, dass die Next Scientists for Future in einer simulierten Bundestagswahl für ihre Reformkompetenz, ihre Reformkompetenz, ihre Reformkompetenzen bekommen haben. Und ich fürchte, dass die, auch diese in den Wahlprogrammen aufblitzenden Aspekte, und ich habe das gestern anhand eines Telefonates noch einmal noch viel deutlicher mitgekriegt, dass es wirklich da in diesem Umfeld der Parteien ein ganz klare, ja, Fans gibt für Rudolf Steiner und für die Dreigliederung und so weiter. Und natürlich wollen auch die Naturwissenschaftler eine menschliche, eine Bildung, die wirklich alle menschlichen Potenziale fördert und die so etwas wie eine glückliche Selbstverwirklichung der Menschen ermöglicht, bei gleichzeitiger auch wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit im Bereich letztendlich Rechnen, Schreiben und Lesen. Und dann aber auch eine wirklich fundierte naturwissenschaftliche Ausbildung, die wirklich ganz klar lehrt, wie die Evolution in diesem Universum abläuft, ja, und wo wir Teil eines universellen Evolutionsspieles sind und das zu verstehen. Und damit hat sicherlich Rudolf Steiner Schwierigkeiten, weil er ja auch natürlich zu dem Bereich gehört, der 160 Jahre hinter der Wissenschaft zurück ist. Ja, also ich habe jetzt nichts von ihm gehört, was Richtung Flacherdler gehen würde, aber wahrscheinlich hat er auch Sir Charles Darwin und Alfred Russell Wallace das Wichtigste in der Naturwissenschaft überhaupt für uns Menschen, weil wir ja auch Lebewesen sind und deswegen die Evolutionsbiologie natürlich das Wichtigste für uns Menschen ist, weil uns ja die Evolutionsbiologie mit dem universellen Gesetz von Mutation und Selektion natürlich ganz klar hilft zu verstehen, wie läuft denn die Evolution von Gesellschafts- und Wirtschaftssystemen ab und wie wirkt dort das universelle Naturgesetz von Mutation und Selektion, wie wirkt das in Gesellschaften und Wirtschaftssystemen, ja, und das ist eben, das ist die Höhe der Wissenschaft, auf der Höhe der Wissenschaft zu sein und die Masse auch der Universitätswissenschaftler ist leider 160 Jahre hinter der Wissenschaft zurück. Man lebt also quasi in einer Welt des Aberglaubens und der Fantasien und nicht in einer naturwissenschaftlichen Analyse der Evolutionsprozesse in unseren Gesellschaften, Wirtschaftssystemen und überhaupt, ja. Übrigens hier unten rechts wieder schneller drehen, weil ich ja versuche extrem langsam zu reden und zwar an dem rundlichen Ding müssen Sie draufklicken, ja, und dann können Sie die Geschwindigkeit nach Belieben wählen. Ich empfehle 1,5 bis 1,75 Geschwindigkeit bei jeder Sendung. Ja, und dann also noch einmal, wie verlässt man denn dieses 160 Jahre hinter der Wissenschaft zurück sein? Ja, indem man den, neben dem, also indem man die Illusion unserer kooperativen Gesellschaft, scheinkooperativen oder pseudokooperativen Gesellschaft hinterfragt, wie das für jeden echten Naturwissenschaftler sich gehört und sich mal mit dem, mal mit dem antikooperativen Anteil in all unseren gesellschaftlichen Sparten beschäftigt und dann erkennt zum Beispiel, dass NGOs zum Beispiel, die sozusagen ja letztendlich Spendengelder erbetteln wollen und dafür dann zum Beispiel den Eisbären, den Pandabären, die Natur und die Welt ist mir gerade wieder begegnet und die Umwelt und alles zu Göttern erhebt, also zu Heiligtümern, so dass wir dann jetzt also sozusagen uns nicht mehr um die WählerInnen kümmern und deren Wohlergehen, sondern in erster Linie um das Wohlergehen der Eisbären, der Pandas und so weiter. So wichtig ist natürlich ist, dass wir, dass unsere WählerInnen sauberes Wasser, saubere Luft, also ungiftige Nahrung, ungiftige wirklich gesundheitsförderliche Nahrung, ungiftige Luft, ungiftiges Wasser bekommen und so weiter, dass natürlich müssen wir da unendlich viel tun, das ist ja das Anliegen der Next Scientist for Future quasi, wirtschaftliche Vernunft und wirtschaftlichen Erfolg zu versöhnen, mit kerngesunden und glücksfördernden Lebensbedingungen für unsere WählerInnen, aber eben, wir müssen halt verstehen, dass wenn jemand also infiziert ist mit den vorteilbringenden Irrtümern irgendwelcher spendenerbettelnden NGOs und diese Irrtümer entweder übernommen hat und dadurch in dem Sinne infiziert ist im Sinne von parasitären Memen oder Killer-Viren des Geistes, die er dann in seinem Kopf hat oder selbst vielleicht sogar Mitarbeiter in einer NGO ist und also diese vorteilbringenden Irrtümer in die Parteien hineinbringt und damit für eine Durchseuchung mit parasitären Memen Killer-Viren des Geistes sorgt, die im Prinzip den Profitinteressen der NGOs dienen, oder Spendenerbettler sozusagen dienen, dann ist da eben letztendlich das Problem, dass dadurch dann natürlich die Parteibasis leider dann keine repräsentative Wählerstichprobe mehr ist und dann natürlich sich auch alle möglichen Dinge, alle möglichen Irrwege wie Anthroposophie anstatt Anthropologie, ja, also wir, die acht externen Reformer und Top-Experten, die wir empfehlen, die Top-Volkswirtschaftsprofessoren, die Top-Denker sozusagen, die auch großenteils naturwissenschaftliche Grundlagen haben und echte Wissenschaft betreiben, auch wenn man natürlich solche Leute wie die Matriarchatsforscher auch wiederum so ein bisschen diffamiert, aber die Kritik trifft ja auch nur auf die Anteile hinzu bei den Matriarchatsforschern, die wiederum nicht streng genug naturwissenschaftlich sind, während ja die Next Scientist for Future nur über das Urmatriarchat und das tierliche Matriarchat sprechen und das moderne Matriarchat, da gibt es natürlich auch manches, was vielleicht sektiererisch anmuten mag oder zu sehr sozusagen emansenhaft anmuten mag. Es gibt ja quasi auch eine emansenhafte Fehlinterpretation von Matriarchat sozusagen, so nach dem Motto, jetzt zeigen wir es mal den Männern und machen mal eine Frauenherrschaft oder so. Das ist natürlich Unfug, also das Urmatriarchat und das tierliche Matriarchat, da geht es um ein liebevolles Miteinander aller Beteiligten. Man kann nicht sagen, ob da irgendjemand mehr wert ist. Mit matriarchal ist nur gemeint, dass dann eben irgendwie die Mütter in den Gruppen eine große Bedeutung haben und eine große schlichtende und friedensstiftende Bedeutung haben. Und eben, ja, und die Tatsache, dass eben die Männer den Frauen alles schenken und den Frauen und Kindern alles schenken und so weiter. Solche liebevollen, kooperativen Systeme sind damit gemeint, aber nicht irgendwelche Herrschaften oder Diktaturen gar oder irgendetwas, ja. Schluckwasser. Ja, ich bin mal gespannt, denn wenn es so dazu kommen sollte, dass diese prominente Persönlichkeit dann Anfang Januar dabei ist bei der nächsten großen Talkshow, sozusagen, und wenn das vielleicht sehr positive Effekte haben sollte, vielleicht 100.000 Klicks oder so, dann können wir uns natürlich auch vorstellen, dass wir eben den Weg sozusagen, das ist ja für uns auch nur ein Notweg, dass wir den Weg sozusagen in die Beratung von Großunternehmen, also in den Weg des besten Großunternehmenscoachings und Staatscoachings auf der kommerziellen Ebene gehen. Das wäre ja dann nicht mehr nötig, denn wenn die Parteien dann, wenn es doch mehr zum Gespräch und zum Austausch mit den Parteien kämen, noch mehr und viel mehr käme, und dann sind wir ja schon im Bereich des Staatscoachings, denn wenn einem wirklich die Parteien teilweise auch auf uns hören und die anderen sieben externen Reformer, dann sozusagen ist ein Teil von den 56% Potenzial der Next Scientists for Future ja erreichbar. und sozusagen, aber man sollte sich innerhalb der Partei schon entscheiden, auch entscheiden, dass es vielleicht nicht gut ist, wenn manches im Parteiprogramm irgendwie auch nur im entferntesten Assoziationen auslösen kann, Richtung Rudolf Steiner, Waldorfschulen, Anthroposophie, Dreigliederung und so weiter. Auch wenn ich selbst erlebt habe, dass wir Mitarbeiter hier beim Weltrat hatten, wo ich wirklich ganz klar sage, da war absolute Denkfähigkeit vorhanden, aufgrund vielleicht, oder begünstigt auch, durch einen Waldorfschulenaufenthalt und anschließendes Studium. Ja, da war also schon, das kann man schon sehr positiv sehen, also, aber ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Wählerinnen auch nur im entferntesten irgendetwas mit Rudolf Steiner, Waldorfschulen, Anthroposophie, Dreigliederung und so weiter, irgendwas davon wissen möchte oder irgendwie auch nur im entferntesten damit etwas zu tun haben möchte. Also, insofern, unser Tipp sozusagen, ja, da, dass vielleicht mal da in den Wahlprogrammen mal alles, was irgendwie daran assoziieren könnte, wirklich mal rauszuwerfen und sich wieder der echten Wissenschaft und den Naturwissenschaften, also der Anthropologie zuzuwenden und nicht der Anthroposophie, ja, sondern die Anthropologie, die echte Naturwissenschaften vom Menschen sind das, was entscheidend ist. Die Evolutionsbiologie, die Anthropologie und Evolutionsbiologie und Paleoanthropologie und so weiter. Da sind wir im Bereich der Realitäten und da gibt es genügend Hinweise, die dann dazu führen, dass wir ein tolles Bildungsreform machen können mit einer menschlichen Schule und mit einem, mit glücklichen Kindern und zugleich leistungsfähigen Absolventen und so weiter. Ja, der Schaden, den der antikooperative Anteil der Medizinsparten weltweit angerichtet hat, geht in unzählbare Billionen weltweit. Ja, also der Witz ist ja, wenn man, wenn man denkt, okay, Weißrussland, dort hat man sozusagen alles ignoriert, hat null Lockdown, null Maßnahmen und hat zumindest, wie es bis jetzt aussieht, offensichtlich auch kein, keinerlei ungewöhnliches Sterben, so quasi nach dem Motto, wir haben in Weißrussland einen riesigen Mangel an Zeugen, die also sagen könnten, ja, also unser Präsident, der hat uns ja alle umgebracht, in unserem Bekanntenkreis sterben die Leute, wie die fliegen und unser verantwortungsloser Präsident hat uns gar nicht geschützt gegen diese Gefahr. Davon ist nichts zu hören, sondern es ist absolut still. Keiner der Kritiker des Präsidenten sagt nur irgendetwas in diese Richtung, also offensichtlich wird da überhaupt nicht gestorben, einfach weil die es richtig gemacht haben. Und wenn man das jetzt mal als Realität nimmt, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass vielleicht die Nachrichten aus Weißrussland stimmen, dass nämlich in Wirklichkeit dort überhaupt nichts Ungewöhnliches los ist, nichts anderes los ist als jede, zu jeder, ja, was, also nichts anderes los ist als das, was auch bisher die Atemwegserkrankungen an Todesfällen zur Folge hatten, jedes Jahr seit langen Zeiten und natürlich sozusagen haben die sicherlich auch keine gesunde Ernährung und keinen gesunden Lebensstil dort in Weißrussland, aber es scheint ja überhaupt nichts, trotz des Fehlens jeglichen Lockdowns und jeglicher Maßnahmen, scheint dort nichts los zu sein. Nichts, was irgendwie ungewöhnlich wäre und anders wäre als in den letzten Jahren. Und wenn man das jetzt mal zurückrechnet, dann muss man sich ja klar sein, dass alles, was die Welt gemacht hat, aufgrund der vorteilbringenden Irrtümer, der Medizinsparten, der Pharmasparten, der Impfsparten, der Testsparten und so weiter, dass all das, was da an Schäden und finanziellen Kosten und so weiter entstanden ist, abgesehen von eventuellen Selbstmorden oder anderen Dingen, aber was da an Kosten passiert ist, wenn man nur die Geldkosten nimmt, dann sind das ja unzählbare Billionen weltweit Verlust. Die einzigen, die daran profitieren, sind eben zum Beispiel die Medizinsparten, Amazon soll noch sehr profitiert haben und so weiter. Das sind dann quasi die, so wie man so sagt, Kriegsgewinnler. Ja, also sozusagen, wenn irgendwas Schlechtes in der Welt passiert, es gibt ja immer welche, die davon richtig reich werden. Und in dem Sinne gibt es bei der ganzen Sache auch dann Kriegsgewinnler, sozusagen. Aber ansonsten, der ganze Rest der Welt, die nicht zu den Kriegsgewinnlern gehören, die sind doch jetzt alle schwerst geschädigt und zwar in Höhe von vielen, unzähligen Massen von Billionen von Euro, sozusagen Schaden. Und das ist genau das, das können einzig und allein, diese Schäden hätten verhindern können, einzig und allein die acht Experten, die Next Scientists for Future und die sieben anderen externen Experten und externen Reformer. Wenn man sie auf sie gehört hätte, schon früher, aber das tut man halt nicht. Dann wäre es doch jetzt sinnvoll, wenigstens jetzt drauf zu hören. Und ich stelle es noch mal ganz kurz dar. Jetzt haben wir sozusagen noch mal ganz kurz hier, wie, dass man das noch mal ganz kurz erklärt. Tja, also, der erste Früharzt und Frühhändler der Evolution, und das ist eben echte Anthropologie, das ist psychosoziobiologische Anthropologie, das ist Evolutionspsychologie, Evolutionsbiologie at its best und so weiter. Also, der erste Früharzt und Frühhändler der Evolution. Der lebte noch in der Wahrheit und sagte, ach, ist ja toll, dass ihr so in euren matriarchalen Bonobo-Kommunen so herrlich liebevoll miteinander umgeht und dass ihr euch nur naturbelassen ernährt. So habt ihr starke Immunsysteme, seid glücklich, alles immunstärkende Faktoren und so weiter. Wunderbar, da braucht ihr mich als Früharzt ja praktisch nie. Ich verkaufe euch auch nur die herrlichsten, frisch geernteten, reifen Früchte und Gemüse und pflanzliche Nahrung überwiegend und so weiter. Und ja, das ist ein guter Früharzt und Frühhändler. Aber jetzt wirkt leider überall im Universum das universelle Naturgesetz von Mutation und Selektion, Variation und Selektion und bewirkt, dass es zwangsläufig einen anderen Früharzt und Frühhändler geben muss, irgendwann, spätestens nach einigen tausend Jahren. Und was ich eben geschildert habe, das war vor circa 400.000, 300.000 Jahren. Und irgendwann, ein paar tausend Jahre später, kommt das durch das Naturgesetz von Mutation und Selektion zwangsläufig so, dass auch genauso wie Rudolf Steiner angeblich jeden Unfug auf der Welt jemals gedacht hat, der denkbar ist und irgendwas von Atlantis und von anderen Rassen und spricht und so weiter angeblich, weil ich nicht das richtig verstanden habe, was ich da überflogen habe. Dann ist es wirklich so, dass sozusagen natürlich auch jeder Früharzt und Frühhändler irgendwann mal etwas denkt, was total irre ist, also Irrtum ist und völlig realitätsfern, aber eben, ja, schauen wir uns dann an, was dann passiert. Nämlich dann passierte Folgendes, also der glaubt jetzt, ah nee, also es ist ja ekelhaft, eure matriarchale Bonobo-Kommunen-Lebensweise mit all dem vielen Körperkontakt und Sex und Singen, Tanzen, Musizieren und so weiter, ist ja alles widerlich, ist ja ekelhaft, das ist ja krankmachend und so weiter. Nein, der Mensch braucht keinen natürlichen Ernährungs- und Lebensstil und Lebensweise und so weiter. Nein, sozusagen, es ist alles Quatsch, sozusagen, es gibt da so winzige Tierchen, die wir später Viren, Bakterien, Pilze und so weiter nennen werden und die sind die einzigen wahren Krankheitsursachen und so weiter, Immunsystem, all das spielt überhaupt keine Rolle, sondern die sind die wahren Killer und so weiter und da müsst ihr meine Impfungen, meine Tests, meine Chemotherapien, meine Operationen, meine Bestrahlungen kaufen und je mehr ihr kauft, desto gesünder werdet ihr und der glaubt diese Irrtümer wirklich, ja, und aufgrund dessen werden die Leute natürlich verleitet, auch sozusagen seine undenaturierten künstlichen Nahrungsmittel zu kaufen, werden dadurch chronisch krank und kaufen ihm dann immer mehr Medizin ab, sozusagen, und er hat riesigen Erfolg, kann hier ein leibliches Kind ernähren, kriegt einen geistigen Schüler und kann hier drei leibliche Enkelkinder ernähren, so groß ist der Erfolg, dann vier Urenkelkinder und wird dann zum Vorfahren von Drostenbieler und Lauterbach und Alnatura, Aldi, Basic, Lidl, Rewe und so weiter und hier haben wir, also Sie merken, wir reden von wirklich der Praxis unseres Alltags, ja, das heißt, wenn Sie zum Supermarkt gehen, der Marktleiter oder Kioskleiter oder Restaurantleiter, der ist voll von lauter Vorteilbringenden Irrtümer, aufgrund dessen, deren er Ihnen mit Begeisterung krankmachende Nahrungsgifte oder Nahrungs-Pseudo-Nahrungsmittel sozusagen verkauft und der Arzt verkauft dann Ihnen die Gegenmittel gegen diese Nahrungsgifte, verkauft Ihnen dann wiederum der Arzt sozusagen teilweise Gegenmittel, denn richtig gesund werden Sie natürlich so oft dann nie mehr sozusagen und dann breiten sich hier die Schüler, irgendwann explodiert auch die Zahl der Schüler, hier wird quasi eine Uni gegründet mit fünf Schülern und dann explodiert das Ganze und dann wird auch die geistige Linie, die nicht genetisch ist, auch dann wieder die geistigen Fans und Schüler werden dann auch wieder zu den Vorfahren der modernen Drostens, Wielers und Lauterbachs sozusagen. Und das ist, wenn Sie sich das mal klar machen und die Lösung, die Therapie ist ganz einfach, scheinbar ganz einfach, ist aber dafür brauchen Sie mindestens 40 Jahre Wissenschaftserfahrung, um das praktisch durchführen zu können, also um einen Staat regieren zu können und reformieren zu können, brauchen Sie 40 Jahre naturwissenschaftliche Erfahrung in diesen Dingen und scheinbar ist es ganz einfach, Sie müssen ja hier jetzt diesem Früharzt und Frühhändler, mit dem heutigen Arzt und Händler, müssen Sie mit seinen Vorteilbringenden Irrtümern, müssen Sie einfach das Vorteilbringende entziehen. Sie geben ihm positive Anreize nur noch für bewiesene, nachweisliche Gesundheitsförderung und Krankheitsverhinderung bei Ihnen sozusagen. Da gibt es verschiedene Messgrößen, die man verwenden könnte und geben ihm also alle Formen positiver Anreize nur noch für das Verhindern von Krankheit und für das Fördern von Gesundheit, Lebensfreude, Lebensglück bei den Versicherten, also sozusagen, dass die Hausarztersatzpraxen der Zukunft werden also sozusagen die Summe sein aus all dem Besten, was es heute in Sportvereinen, Tanzschulen, Tanzclubs singen, musizieren, chören und so weiter. Das Best-of sozusagen, das Best-of all dessen, was die Gesellschaft an Förderung von Gesundheit, Lebensfreude, Lebensqualität und Immunsystem und so weiter zu bieten hat. Das wird dann alles unter der Oberhoheit unserer bisherigen Hausärzte- und Hausarzt-Ersatzteams sozusagen wird das stehen, auch die Alten- und Pflegeheime müssen sich umwandeln, die Heimleiter werden zu Hausarzt-Ersatzteamleitern sozusagen und auch in den Altenheimen wird immunstärkendes Leben mit Singen, Tanzen, Musizieren und so weiter viel stärker ausgebaut und so weiter, weil Krankheitsverhinderung und Sterbensverhinderung und so Lebensverlängerung und so weiter wird zum obersten Ziel. Das oberste Ziel jedes Alten- und Pflegeheims wird, möglichst viele Leute wieder so fit zu machen, dass sie Lust haben, von sich aus freiwillig wieder berufstätig zu werden. Warum soll jemand nicht mit, wie in Okinawa, Japan, noch vor wenigen Jahrzehnten, warum soll nicht, wie damals dort noch üblich vor wenigen Jahrzehnten, warum sollen die Leute nicht noch topfit mit 110 arbeiten, ganz normal arbeiten, weil sie Spaß dran haben und so viel sie Spaß dran haben. Ja, und das ist deswegen, wir müssen einfach aufhören, unsere ganzen Menschen in Wracks zu verwandeln durch giftige Nahrung, giftige Medikamente, Fehlbetreuung im Alten- und Pflegeheim und mangelnde Gesundheitsförderung, schlechte Nahrung in den Alten- und Pflegeheimen und, und, und. Ja, also, wir müssen die Fehlanreize wegnehmen, dass nämlich eine hohe Pflegestufe mehr Geld bringt und so weiter, sondern es muss eben, die positiven Anreize müssen so gesetzt werden, dass nur der kerngesunde, glückliche, alte, richtig positive Anreize bringt, irgendwie Verdienstzuschüsse, Ehrungen, Belobigungen, Ausbilderstatus und ähnliche Dinge, ja, sodass also nur noch die Besten der Besten im Bereich Gesundheitsförderung und Krankheitsverhinderung in allen Bereichen sozusagen, nur noch die mit allen positiven Anreizen überschüttet werden, hohe Ranglistenpositionen, sodass sie dann einen riesigen Kundenzustrom bekommen und die Leute abwandern von den Alten- und Pflegeheimen als Hausarzt-Ersatzteamleitungen, wo die Leute eine schlechte Entwicklung zum Beispiel von solchen allgemeinen Messgrößen wie Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten und vielleicht sogar Reichtumsdaten. Ja, wir hören ja immer wieder, dass in den Alten- und Pflegeheimen die alten Menschen bestohlen werden und beraubt werden und deren Schmuck geklaut wird und so weiter, wird ja als Gerücht zumindest immer wieder transportiert. Ja, und dann, wenn man die Reichtumsdaten miterhebt, dann wird also auch sogar der Diebstahl rechnet sich nicht mehr, weil dann nämlich die Reichtumsdaten so schlecht werden, dass das Heim dann seine Kundschaft verliert, weil die Leute alle abwandern zu den besseren Heimen, wo nicht gestohlen wird. Und sogar so, sogar die Reichtumsdaten könnten uns dann also mit den Wohlfühlstimmen zusammen uns dann sogar noch helfen. Wobei für Menschen, die vielleicht da nicht mehr selbst die Stimmen abgeben können, könnte man ja so einen Kompromiss machen, dass dann, dann sind ja auch die Ärzte Gutes, tun ja Gutes durch diese neuen Anreize, ja. Und dann kann man vielleicht die Abgabe der Wohlfühlstimme in Vertretung vielleicht den Verwandten gemixt mit dem Urteil der Ärzte übergeben, die ja dann durch die neuen positiven Anreize sozusagen, ja, wobei das natürlich schon auch ein Problem ist, denn dann würde ja der Arzt sozusagen, also wenn, dann müssen wir doch die Wohlfühlstimmen eher den Verwandten überlassen. Und, denn sonst würde ja der Arzt sozusagen sich selbst letztendlich loben, indem er gute Wohlfühlstimmen für den Patienten abgibt sozusagen. Und das sollte ja nicht sein, ja, wir wollen ja nicht wieder den Bock zum Gärtner machen, ne. Ja, also, damit ist also nochmal so klar, darum geht's. Also, positive Anreize setzen und dann für jeden Bereich dann noch vielleicht darüber nachdenken, welche speziellen Messgrößen muss ich noch einführen, welche speziellen Steuerelemente oder Messgrößen, ja. Ja, also wir haben ja hier so eine Liste der allgemeinen Steuerungselemente oder Messgrößen, ja. Wohlfühlstimme, Gesundheitsaufwandserwartungskurve, tatsächlicher Gesundheitsaufwand, beziehungsweise Kosten von Fehlzeiten am Arbeitsplatz aus Sicht des Unternehmens. Ja, wir können diskutieren, ob noch eine Unterstimme wie die Sicherheitsstimme noch sinnvoll ist, um speziell den Bereich innere Sicherheit besser zu steuern, sozusagen. Beitragsrückerstattung, Sonderbelohnungsprämie bezüglich der Mitwirkung der Versicherten. Kann man drüber nachdenken, ist das dann zu viel Entsolidarisierung oder ist das sinnvoll? Und dann die Steuer- und Abgabenleistung der Menschen, ja. Und so, das sind alles Dinge, die man berücksichtigen kann, ja. So, dann können wir das wieder zurückgehen hier. Ja, also das heißt, ja und das ist eben echte Wissenschaft, nicht so Fantastereien über Atlantis und Atlantis-Bürger wie bei der Anthroposophie, sondern echte Anthropologie, ja. Die Evolution von DNS hier, wir haben ja letztendlich hier 13,8 Milliarden, 10 Milliarden, 5 Milliarden Jahre und irgendwo so bei 4 bis 3 Milliarden Jahren beginnt es ja dann mit der Evolution von DNS-ähnlichen Molekülen, also so etwas wie der Anfang des Lebens auf der Erde, sozusagen. Und das sind eben wichtige Dinge. Oder hier die Evolution der Gehirne und die Degeneration heutzutage. Und diese Degeneration müssen wir doch aufhalten, das müssen wir aber mit naturwissenschaftlichem Wissen und Können tun. Und hier sozusagen, ja, so mal die Bilder, also wenn wir uns vorstellen, das wäre jetzt eine 120, maximal 120-Personen-Kommune, eine matriarchale Kommune, sozusagen eine matriarchale Bonobo-Kommune, sozusagen des Savannen-Bonobos-Mensch, Homo erectus, vor circa 400.000 Jahren. Dann haben wir hier die Nachbarkommune. Und dann eine Stufe weiter sind dann die, also hier wachsen quasi die Enkelkinder auf und dann eine Biegung weiter wachsen dann in den anderen Kommunen, wachsen dann die Urenkel auf. Und ja, und das ist der Liebes- und Lebensraum, in dem normalerweise ein gesunder Mensch lebt, ohne jegliche Mobilität, einfach nur kleine Besuche, ja, und ohne dass jetzt da eine große Zerstörung und Vergiftung der Umwelt durch Mobilität stattfinden würde, ja. Small is beautiful, sozusagen, Schuhmacher. Ja, und dann eben auch das, was mir auch nochmal aufgefallen ist bei der Analyse. Ich habe nochmal so meinen Auftritt beim Corona-Ausschuss, Termin 12, zweite Hälfte, nochmal so im Schnelldurchlauf die Kommentare mir angeschaut, ja. Ja, das Dilemma ist, dass viele Menschen so voll Hass sind, dass sie am liebsten unsere Politik-Könige, unsere Journalisten-Könige, unsere Milliardärskönige, unsere Wirtschaftskönige am liebsten alle sozusagen liquidieren würden oder irgendwie ins Gefängnis oder aufhängen würden und so weiter. Und dieser Hass, das tut der Sache nicht gut. Also das darf in einer politischen Partei nichts zu suchen haben, es sei denn, diese neue Partei möchte betteln darum, die nächste aussätzige Partei nach die Linke und nach die AfD, die im Moment die große Aussätzige ist, sozusagen. Und dann würden die neuen Parteien, wir 2020, die Basis, ich hoffe, dass sie nicht betteln wollen darum, die neuen Aussätzigen unserer Kultur zu werden. Und ja, und da wurde mir auch nochmal deutlich, dass auch dort wieder ständig die Dreigliederung erwähnt wurde, also Rudolf Steiner. Also das tut der Sache nicht gut, weil das ist einfach zu weit entfernt von echter Wissenschaft und echter Realität und Wahrheit und darum sollte es doch besser gehen. Also sieben externe Reformer und plus die achten externen Reformer Next Scientists for Future, das wäre eine gute Vielfalt, eine gute Mischung. Und anhand der Talkshow-Diskussionen könnten dann die jeweilige Basis der jeweiligen Parteien gut konsensieren und eben den richtigen Weg finden, dann wirklich zu einem, in der Hoffnung, dass es sich dann bei den Parteimitgliedern überwiegend um eine repräsentative Wählerstichprobe handelt. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich empfehle, alle Leute, die so extremere Positionen mögen, wie ich ja auch bei den Kommentaren gesehen habe, also bei dem, wie nennt man das, bei diesem Chat gesehen habe, unter meinem Auftritt jetzt beim Stiftung-Corona-Ausschuss, alle Leute, all diese Leute, die zu begeistert sind von sowas wie Dr. Markus Krall mit seinem Marktradikalismus, solche Leute einfach bitten, die Partei wieder zu verlassen, weil das einfach zu sehr dann die Basis der Partei zu sehr von einer repräsentativen Wählerstichprobe, die ja ideal wäre für eine Partei, für eine neue große Volkspartei, zu sehr entfernt. Und genauso würde ich auch empfehlen, dass man die freundlich, die Leute bittet, die irgendwas mit Rudolf Steiner und Dreigliederung und Anthroposophie und Waldorf am Hute haben, dass man die auch einfach freundlich bittet, lieber die Parteimitgliedschaft zu sein zu lassen, damit man eben nicht am Ende sich immer weiter entfernt von einer repräsentativen Wählerstichprobe zu irgendeinem, ja, Randgruppenphänomen, das dann am Ende Politik für Randgruppen macht und damit für die Masse der WählerInnen unwählbar wird und geworden ist, ja. Ja, dann lese ich doch noch mal weiter, was wir hier noch haben. Ja. Die Klauer in Unternehmen haben oft Marx, Schäufer, ja, jetzt fällt es mir, ich kann meine Handschrift manchmal nicht lesen, die Klauer im Unternehmen, man hört doch immer wieder und meine Erfahrung deckt das auch, ich habe ja auch viele Experimente als Unternehmer gemacht, ja. Ich kann das nur bestätigen, diese ganzen Klauer und die ganzen, also es gibt ja immer in jedem Unternehmen viele Leute, die eigentlich gegen die Unternehmensziele arbeiten, also antikooperative Anteile gibt es natürlich auch in jedem Unternehmen, teilweise in den Mitarbeitern selber oder es gibt einzelne höchst antikooperative Mitarbeiter, die eigentlich den Unternehmenszielen mehr schaden für das Geld, was sie bekommen, als dass sie es überhaupt nutzen entfalten, ne. Und diese Klauer im Unternehmen oder diese antikooperativen Aspekte im Unternehmen, die haben oft Marx'sche vorteilbringende Irrtümer im Kopf, nämlich so, Och ja, der Chef ist ja ein leistungsloser Ausbeuter und Mehrwertabschöpfer und dem geschieht es recht, wenn ich ihn bestehle und so weiter, ja. Also das sind die Dinge da, das muss man sich klar sein, das hat man auch in den Unternehmen und darum geht es ja auch dann mit dem besten Großunternehmenscoaching und Staatscoaching aller Zeiten alle antikooperativen Aspekte unwahrscheinlich zu machen durch positive Anreize und so dann die vorteilbringenden Irrtümer beziehungsweise parasitären Meme, Killer, Viren des Geistes alle aussterben zu lassen, ja. Und zum Beispiel die Waffenindustrie, die weltweite Waffenindustrie, die ist eben leider ebenzu jetzt bezogen auf den Staat, also die Waffenindustrie selber, da geht es um die Frage, was hat sie innerhalb des Konzerns für antikooperative Aspekte und wie könnte man der Waffenindustrie helfen, erfolgreicher zu werden, indem man diesen antikooperativen Aspekt im Unternehmen durch positive Anreizsetzungen beendet, ja. Ich deute nun mal an, dass also zum Beispiel, es ist grundsätzlich ein Fehler, wir haben ja grundsätzlich in den Staaten das Problem, dass es sehr schlecht ist, die Leistung einer Bundesregierung, also eines Bundesmanagements, eines politischen Bundesmanagements, ist ja unendlich schwer, das zu vergleichen, weil einfach in Frankreich, in Schweden und so weiter überall andere Rahmenbedingungen, andere Situationen herrschen und man kann dann eigentlich gar nicht erfassen, welche Leistung bringt denn das Bundesmanagement für uns als WählerInnen. Das ist praktisch uneinschätzbar. Ja, und deswegen haben wir ja vorgeschlagen, dass wir den einfach Deutschland in 16 Bundesländer aufgeteilt verstehen und wir dann einfach sozusagen als WählerInnen sozusagen die Wohlfühlstimmen beim Bundeswahlleiter uns anschauen in den Statistiken, die Wohlfühlstimmen, die Gesundheitsdaten, die Langlebigkeitsdaten und die Reichtumsdaten anschauen, die die jeweiligen Regierungen der Bundesländer, die jeweiligen Managements der Bundesländer zu verantworten haben und dadurch können wir wunderschön sehen, aha, diese und jene Regierung, dieses und jene Management erzielt positivere Ergebnisse bei den WählerInnen und diese und jene Regierung im Nachbarbundesland und erzielt schlechtere Wohlfühlstimmen, Gesundheitsdaten und Reichstumsdaten bei den Bürgern und so können wir dann endlich qualifizierte Wahlentscheidungen treffen und so ähnlich ist es, dass natürlich auch ein Waffenkonzern müsste natürlich auch einfach mindestens aufgespalten werden in zwei miteinander in Wettbewerb stehende unter mindestens zwei Unternehmen, es hat natürlich den Nachteil, dass vieles doppelt getan werden muss, sozusagen, was weiß ich, Rüstungskonzern 1, Rüstungskonzern 2, da muss vieles dann doppelt gemacht werden, das hat gewisse Kosten, hat aber den riesigen Vorteil, dass man dadurch das Topmanagement ständig hin und her wechseln lassen kann und dann ein ganz klares Ergebnis kriegt, welches Topmanagement verbessert den Erfolg seines Unternehmens, seiner Unternehmenshälfte oder seines Unternehmensdrittels und welches verschlechtert es eher. Und so sieht, kann man dann diese ganzen antikooperativen Aspekte, wo ja auch öfters darüber nachgedacht wird, wie weit die Unternehmen sozusagen, wie weit die Unternehmen sozusagen auch gebeutelt sind davon, dass die Topmanager gegen die Unternehmensziele arbeiten, in ihre eigene Tasche hinein oder für den eigenen Vorteil etwas tun und damit eigentlich den Gesamtunternehmenszielen eher schaden. Und das kriegt man dadurch dann in den Griff. Und wenn man dann überall in allen Bereichen, genauso wie im Staat, dann auch Leistungsranglisten für jeden einzelnen Mitarbeiter macht, zum Beispiel so der Blick durchs Unternehmen schweifen und so, was macht denn dieser Mitarbeiter hier? Und wie wird denn gemessen, dass er nicht antikooperativ handelt oder sich verhält, sondern wirklich kooperativ, sich ausschließlich tätig ist im Sinne der Unternehmensziele? Wie wird dafür gesorgt? Was machen wir? Wie sorgen wir dafür? Und das ist eben so der Punkt, um den es geht. Und so müssen wir dann, also den Rahmen, eigentlich muss in jedem Unternehmen für jeden einzelnen Mitarbeiter, müssen positive Anreize so gezielt gesetzt werden, dass sozusagen jede Form der vorteilbringenden Irrtümer, ich habe ja vorhin gesagt, ja, der Chef ist ja ein leistungsloser, Mehrwertabschöpfer, ein Ausbeuter und so weiter. Und deswegen ist es völlig in Ordnung, dass ich den beklaue und so weiter oder ihm sonst wie Schaden zufüge. Und solche, dass diese aussterben, aufgrund der positiven Anreize, es nicht zu solchen vorteilbringenden Irrtümern kommt, ja, und die dann aussterben, weil einfach nur die Mitarbeiter sozusagen überhaupt im Unternehmen Erfolg haben, die wirklich voll kooperativ tätig sind und nicht zur Hälfte antikooperativ tätig sind. Ja, wobei man sich klar machen muss, also wenn wir jetzt dann vielleicht doch tätig würden im Bereich Großunternehmen-Coaching, das würde den Staaten nur extrem wenig helfen, ja, denn zum Beispiel, wenn dann durch eine Waffenindustrie erfolgreicher würde, würde es auch wieder mehr Kriege geben, weil ja die Waffenindustrie ihre eigenen vorteilbringenden Irrtümer natürlich weiterhin aussenden würde, nämlich die kriegstreiberischen vorteilbringenden Irrtümer, wie der Mensch ist ja von Natur aus ein Kriegstier, der braucht die Gewalt, also Gewalt und Krieg sind einfach Teil des Lebens und deswegen müssen wir auch mal wieder einen Krieg machen und so weiter. Ja, also solche, solche denkbaren, vorteilbringenden Irrtümer sind natürlich im Kontext der Waffenindustrien weit verbreitet, habe ich selbst erleben können in den USA, wo wirklich der normale Bürger wirklich letztendlich daran glaubt, an die Natürlichkeit des Krieges und dass das einfach zum Leben dazugehöre und dann ist, dann regt sich auch niemand darüber auf, wenn es den nächsten Krieg gibt, der am Ende wieder der Waffenindustrie größere Umsätze beschert sozusagen. Also von daher muss man ganz klar sagen Großunternehmenscoaching und Staatscoaching sind bis zum gewissen Grade gegenläufig, ja, denn das Großunternehmen, das profitiert durch seine eigenen vorteilbringenden Irrtümer, während der Staat ja will, dass auch in allen Unternehmen die vorteilbringenden Irrtümer aussterben und sozusagen jedes Unternehmen nur noch gemeinwohlorientiert tätig wird, also die Waffenindustrie nur noch Friedensförderungsindustrie ist sozusagen und alles tut, was Frieden fördert und Gewalt in der Welt zurückfährt. Aber das sind eben, ja, das sind gegensätzliche Interessen sozusagen, insofern, aber wir würden natürlich den Großunternehmen dann auch helfen, wie sie eben ihren Gewinn auf Kosten des Staates vergrößern können, ja, also denn wir müssten ja dann für den Kunden, weil es ist ja, der Kunde ist König, wenn wir Großunternehmen Coaching machen, müssten wir natürlich dafür sorgen, dass es wieder mehr Kriege gibt, damit die Waffen unsere, unser Kunde, die Waffenindustrie oder ein Waffenkonzern dann eben mehr verdient, ja. Während sind wir im Bereich tätig des Staatscoachings, dann haben wir, dann ist unser Ziel sozusagen für die Wählerinnen zu arbeiten und im Maximalen Frieden auf der Welt zu erzeugen, Pazifismus zu erzeugen, ja. Ja, ja, aber beim Großunternehmens Coaching, was den dem Staaten auch nutzt, ist, dass die Erzeugung gesünderer, leistungsfähigerer Mitarbeiter, denn das spart dann auch dem Staat viele Kosten, ja. Also insofern gibt es dann schon gewisse Überschneidungen beim Großunternehmens Coaching und beim Staatscoaching, ja, gewisse Synergien, könnte man sagen, ja. Ja. Dann, äh, der Psychologie, ach so, in Playlist 5 haben wir wieder, gibt es bei dem Sender News und Talks, den wir ja immer bezeichnen als den besten Sender, den besten Fernsehsender überhaupt, gibt es wieder im Programm, äh, in der neuesten Playlist 5 wieder neue Sendungen, aber auch mit dem, äh, ein Ausschnitt mit dem Psychologiestudenten, der ja berühmt geworden war für seine Nachdenklichkeit zu diesem, äh, zum Thema der letzten, des letzten Jahres. Und der sagt dazu recht, dass alle glauben, das Richtige zu tun. Das kann ich nur noch einmal wiederholen, ja. Ja. Ja, und vielleicht haben wir ja auch in der nächsten Talkshow eine, einen Vertreter, Vertreterin dieser Rudolf- Steiner'schen Dreigliederungsgeschichte und können das dann auch noch mal kontrovers diskutieren und können vielleicht dann auch noch mal deutlich machen, wo das Problem ist eines scheinbar menschenfreundlichen Konzeptes, wenn es dann nicht wirklich auf solider Wissenschaft wirklich fest gegründet ist, ne. Ja, also wie gesagt, 56, äh, Prozent Wahlpotenzial, also Potenzial, äh, äh, sozusagen, eröffnet sich nur durch die Zusammenarbeit mit den acht empfohlenen externen Reformern, von denen die nextscientistsforfuture.de nur eine sind. Aber natürlich, je weiter sich das Programm dann von den, äh, Empfehlungen, ein paar Programmempfehlungen der nextscientistsforfuture entfernen würde, desto mehr Prozentpunkte gehen dann wahrscheinlich verloren, ne. Ja, und dann gestern der, der Western, äh, äh, sozusagen die vier Söhne der Katie Elder, äh, 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 also ich fand ihn nicht gut mit John Wayne und so weiter, aber es war aufschlussreich noch einmal, da wurde so richtig schön noch wieder dargestellt, also Western sind wirklich lehrreich, äh, 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 für die evolutionsbiologische Perspektive. Da war es eben so, dass der Raubmörder, äh, äh, sozusagen, da ständig Verschwörungstheorien verbreitet hat, über die vier Söhne der Katie Elder, äh, und, äh, das war, glaube ich, gestern drei satt, ne. Ja, und, äh, äh, und, äh, hetzte, hetzte so auf, äh, zum Lünchmord an diesen Brüdern, ja. Also, äh, das heißt, also, da sieht man, wie gefährlich Verschwörungstheorien sind und dass es eben kein Kavaliersdelikt ist, wenn man einfach so irgendwelche Leute, ohne dass es ein Gerichtsurteil dazu gibt, einfach mal so vorverurteilend und abweichend von der Unschuldsvermutung einfach mal so eben als Verbrecher bezeichnet, ja, das ist, das, 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 das geht sehr schnell in die Tendenz hin, dass man dadurch selber zum Mörder wird, indem man über, äh, Verschwörungstheorienverbreitung sozusagen die Bevölkerung aufhetzt, äh, zum Lünchmord an, an, an den vermeintlichen Verbrechern, wofür man ja letztendlich, äh, null Beweis hat, ne. Das kann ja auch sein, dass diese Leute sich alle nur irren und deswegen sich keiner Schuld bewusst sind und deswegen auch, äh, äh, nicht bestraft gehören, ja. Denn jemand, der gar nicht merkt, dass er etwas Böses tut, Schlechtes tut, den können wir doch nicht bestrafen, sondern er braucht doch, äh, es braucht doch, äh, ein Bewusstsein darüber, dass man Schlechtes tut. Und aufgrund von Vorteilbringenden Irrtümern tun die Leute, äh, Schlechtes, ohne sich ihrer Schuld bewusst zu sein. Und die Leute, die sich nicht ihrer Schuld bewusst seien, können wir nicht juristisch bestrafen, da können wir nur mit positiven Anreizen dagegen wirken, ja. Ja, also nochmal ja die Frage, also, wo diese, wenn diese Rudolf-Steiner-Sache zu viel Einfluss in einer Partei hat, dann ist das wahrscheinlich, äh, führt das dazu, dass es sich nicht mehr um eine repräsentative Wählerstichprobe handelt und damit ist dann sozusagen für die Masse der WählerInnen eine solche Partei unwählbar. Ja, so viel für diese jetzige wieder politische, wissenschaftliche Tagesschau heute. Tschüssi, bis bald und denken Sie nochmal dran, dass wir eine, eine Milliarde Prämie ausgesetzt haben, für die Leute, die ihnen es gelingt, dass wir, äh, sozusagen am Ende tätig werden, als, äh, die wirksamsten Großunternehmens, äh, Coaches aller Zeiten, also Großunternehmen- Management-Coaches aller Zeiten und, und als die, äh, wirksamsten Staats-Coaches aller Zeiten, egal, ob welche Partei wir unterstützen und so weiter. Ja, und ich bin mal gespannt, ob die Basis und wir 2020, äh, ob es mal wieder öffentliche, äh, Talkshows gibt oder Talk, Talktreffs gibt sozusagen, denn, äh, ich vermisse, wie gesagt, ich hab das ja letztens schon gesagt, dass wir große Sorge haben, wie weit mittlerweile ohne böse Absicht, ohne böse Absicht, äh, das diktatorische Element in den Parteien schon wieder zu stark sein könnte. Ich, ich habe nichts mitbekommen, wo die Basis der jeweiligen Parteien wirklich konsensieren durfte, zum Beispiel über die Entscheidung, welche externen Reformer und externen Experten hinzugezogen werden und so weiter. Und da, äh, ja, also ich, ich vermisse sozusagen da, aber vielleicht hat man auch ein Problem damit die Basis konsensieren zu lassen, weil man erkannt hat, dass man doch sehr weit bei der, bei den Mitgliedern, äh, sehr weit von einer repräsentativen Wählerstichprobe entfernt ist. Kann aber auch ganz anders sein, dass also, äh, Leuten, die vielleicht selber irgendwelche, äh, ja, bestimmten, zum Beispiel Rudolf-Steiner'sche Konzepte vertreten, dass denen noch nicht genügend Mitglieder, äh, äh, auch, äh, Steiner-Fans sind und dass man deswegen das Konsensieren scheut, bis man, äh, noch mehr Mitglieder aus der, äh, Steiner-Gruppierung, äh, Fangruppierung sozusagen in der Partei hat. Also es ist alles möglich und denkbar, äh, aber es ist eben, wäre unendlich schade, wenn, äh, sozusagen aus dem, die, wenn die ganzen, die, das Thema neue große Volkspartei Mitte-Links letztendlich floppen würde. Das wäre halt sehr schade. Ja, tschüssi, bis bald, das war's für jetzt.